Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Unboxing. Ich möchte euch heute mal hier wieder ein weiteres Video zeigen. Und zwar handelt es sich hier um einen Arbeitsspeicher von Corsi XMS3 DDR3. Die 8 GB Version, beziehungsweise einmal 8 GB. Was ich euch hier einmal zeigen will, den habe ich mir letzte Woche bestellt und seit heute kam er an. Aber es ging eigentlich schon recht schnell, finde ich. Mit einem Megahertz-Takt von 1600. Ja, wollen wir es ganz einfach mal näher betrachten. Zu der Verpackung sehen wir ja schon, wie das Ganze hier aussieht. Sollte für jeden bekannt sein. Ja, hier steht es auch nochmal drauf. Hier XMS3 8 GB, einmal 8 GB. Ich habe bei mir in meinem System zur Zeit ein Kit von 2x4 verbaut. Und habe mir gedacht, rüste ich einfach mal auf. Auf einen direkten 1x8 GB. Deswegen habe ich mir den noch bestellt. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Das muss ich hier einmal vielleicht... Nee. Na, egal. Was soll es? Ja. Hier steht auch nochmal so eine Bezeichnung drauf. Hier CMX8 GX3 M1 A 1600 C11. Ja gut, ja. Wollen wir das Ganze einfach mal hier auspacken. Ja, ich hatte ihn eben auch schon einmal rausgenommen, um zu gucken, was auch bei mir läuft. Bis jetzt läuft es ganz gut. So. Dann befindet sich hier einmal der RAM-Riegel. Der sich in so einer Plastikverpackung befindet. Und das können wir hier wieder zumachen. So. Ähm, ja. Können wir hier wieder hinstellen. Ja, wie schon auch auf der Verpackung zu sehen, sieht das Ganze so aus. Corsi XMS3 und mit einer Bezeichnung, was ich auch gerade schon erwähnt habe, mit einem Megahertz-Takt von 1600, 8 GB, beziehungsweise einmal 8 GB. Ähm, ja. Eigentlich nichts Besonderes. So sieht er halt eben aus. Für diejenigen, die diesen Arbeitsspeicher kennen. Ja, ich hole den jetzt nicht direkt raus. Ich lasse ihn einfach mal hier drinnen. Ähm, ja. So sieht das Ganze hier aus. Also wie gesagt, ähm, ich habe mir gedacht, ich rüsse einfach mal auf. Äh, statt 2x4 auf 1x8 GB. Ähm, ja. Lautsatz ganz gut bis jetzt. Ähm, ich denke, man kann damit zufrieden sein. Äh, zum Nachrüsten auf jeden Fall empfehlenswert. Ähm, ja. Ich denke, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja, dann wird man sicherlich... Damit ganz gut klarkommen. Ja gut, ja. Dann würde ich vorschlagen, das war es auch schon hier in den Unboxing eines Korsai XMS3 DDR3. Äh, ja. Wenn euch das wieder gefallen hat, würde ich mich freuen über eure Kommentare. Bewerdet mich, abonniert mich, macht den Daumen hoch und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ciao.